Die Nacht habt ihr in der kleinen Waldhütte verbracht. Die Sklatter haben euch über die Maßen gefordert und ihr brauchtet die Regeneration. Nun hofft ihr vor allem auf die Sternkraft, die euch im nächsten Kampf gegen Verenas Drachenreiter helfen soll. Eine Stunde Fußmarsch durch den Wald von Sumo, dann trefft ihr auf Perz und die kleine Ruine des Korwinstein. Die Erkundungen am Abend des 25. haben ergeben, dass die Mauern nur spärlich besetzt sind. Die Äcker kurz hinter Perz sind ebenso rumgegraben wie die in Kaiserhain. Das ungeschützte Dorf ist niedergebrannt und verlassen. Zwischen den Trümmern konntet ihr Banner der Drachengarde von Rassassau entdecken. Die ehemalige Eliteeinheit des Raoulschen Reiches, die zu Borbord überlief und die nun dem schwarzen Drachen dient. Entfernung brennt am Horizont in schwarzen, lichtlosen Flammen. Eure Schatten spielen verrückt und der Boden bebt im Widerspruch. So erwacht ihr. Nach euren Erkundigungen und der Regeneration am 26. Pryos frühmorgens. Was wollt ihr tun? Morgen. Habt ihr einigermaßen gut geschlafen? Nun ja, die Umstande halbe. Nicht mehr und nicht schlechter als vorher. Das war eine sehr stärkende Erfahrung. Stärkend? Nun selbstverständlich. Mhm. Achso, ihr meint damit sicher eine abhärtende Erfahrung oder so etwas? Nun das Werden ist genauso wie das Vergehen, Teil unserer Anderer. Wenn wir nicht vergehen, so werden wir. Entsprechend stärken wir uns, solange wir nicht vergehen. Ja, richtig. Vergehen, das wollen wir noch lange nicht. Und wenn die Zeit gekommen ist? Wir sollten vielleicht einen positiven Ton anschlagen für den heutigen Tag. Nicht wahr? Wir sollen uns jetzt keine Gedanken darüber machen, wie wir einst vergehen werden. Ich denke, das wird ein ganz, ganz schlechtes Licht auf den Tag. Ihr möchtet euren Freund aus diesem Stein holen? Ich sag das. Und warum ist der dort? Nun, er wurde gefangen genommen. Die Umstände sind uns nicht weiter bekannt. Wenn du einen Menschenkenntnis größer als sieben hast, merkst du, dass er mit dem Begriff gefangen nichts anfangen kann. Er wurde zu einer Freiheit beraubt. Mhm. Aber warum? Weil die, die in der Burt sind, Drachen haben. Und wir hatten schon geklärt, Drachen böse Menschen tüten. Na? Erinnert ihr euch? Das waren in der Tat sehr gierige Viecher. Zu welchem Zweck er dort gefangen gehalten wird, wissen wir nicht. Vermutlich die da als Geisel oder als Informationsbeschaffer. Wenn er gefangen ist, wie kann er dann Informationen beschaffen? Nun, er lebte schon, auch in der Vergangenheit. Und er war eine wichtige Säule in der Gesellschaft der Menschen. Dementsprechend hat er natürlich Informationen über die Menschen. Hm, dann ist es wohl wichtig, ihn aus diesem Stein herauszuholen. Aus dem Burg, genau. Dann gehen wir, oder? Wir sollten uns vielleicht zuerst einen Plan schmieden, wie wir ungesehen in diese Burg hineingelangen. Und möglichst unbeschallt hinaus. Nun, das ist leicht, Helor. Ihr lasst euch nicht sehen und dann rennt ihr schnell. Ja, ganz leicht. Wir brauchen einen Plan. Wir können uns ja nicht improvisieren. Nein, natürlich müssen wir auskunftshaften, erst einmal. Ich schlage vor, dass wir einmal diese Burg umrunden und schauen, was für Einstiegsmöglichkeiten sich uns bieten. Eine vorrangige Idee. Das klingt vernünftig, ja. Kira, habt ihr noch dieses Fernrohr? Ah, wunderbar. Das wird uns gut zu lieben zu leisten. Wir wollen es hoffen. Nun, vermutlich sollten wir jetzt aufbrechen. Oder würdet ihr es für klüger halten, auf die Dämmerung zu warten? Ich würde es für klüger halten, erst einmal zu frühstücken. Denn es ist nicht sinnvoll, mit leerem Magen eine derartige Operation anzugehen. Wenn ihr sehen, aber nicht gesehen werden wollt, dann wartet ihr wohl besser darauf, dass die anderen Menschen nichts sehen. Ich denke, Untonen ist es egal, ob sie sehen können oder nicht. Und die Drachen werden uns riechen können. Oh, oder? So sehr, wie sie stinken? Zudem müssen wir die Einschiebsmöglichkeiten erst einmal erkunden. Das ist richtig. Wenn wir Glück haben, finden wir einen kleinen, engen Schach, der uns direkt in den Kellergewölbe der Burg führt. Das wäre fantastisch. So etwas wie ein Fluchttunnel, den die früheren Besitzer vielleicht mal benutzt haben. Genau, sowas habe ich gedacht. Ach, schon wieder unter die Erde. Das sind sie allerdings nicht leicht zu finden, welche Fluchttunnel. Aber man sagt doch Zwergen nach, sie könnten es quasi riechen oder spüren, wenn es Stollen oder etwas ähnliches im Boden ginge. Oder ist das nur ein Gerücht? Das ist nur ein Gerücht. Ach, wie schade. Es gibt sicherlich einige von uns, die eine sehr profunde Kenntnis der Arbeitsweise haben und denen man das durchaus nachsagen könnte. Aber ich kenne keinen Zwerg, der wirklich Stollen riechen kann oder gar Hohlräume. Nein, nein. Und wie ist das mit euch, El? So etwas wie eine Zwergennase nach? Eine bestimmte Gabe, die einige haben? Ja, aber das ist, wie gesagt, mehr eine Art Gabe. Nichts, was alle Zwerge können und ich nicht. Aber ja, gab da mal ein Artefakt, das Erz und Goldadern sehen konnte, aber nie. Ja, das nützt uns ja hier herzlich wenig, wenn wir auf der Suche nach einem Tunnel sind. Ja, ich bin abgeschweift, das tut mir leid. Sagt mir, Boltax, was wisst ihr über Drachen? Speziell über die Drachen, die wohl hier von Varena beheimatet werden. Ich würde gerne mal eine Zierkunde-Probe machen. Ja, dürfte natürlich gerne alle machen. Spezialisierung Drachen würden zählen. Ansonsten der Schwert um sieben? Ansonsten plus sieben, genau. Komm schon, Klugheit, lass mich nicht im Stich. Sie ließ mich nicht im Stich. Drachen sind üble Geschöpfe, üble Geschöpfe und sie stinken. Furchtbar und sind gierig. Das weiß ich. Nun, da hat er tatsächlich recht, der Geruch, gerade von solchen Katzen, wenn man es sehr will. Und sie mögen, wie alle Drachen, glitzernde Dinge, auch wenn sie wenig geschickt darin sind, sie zu horten. Sind sie nicht extrem kälteempfindlich als Wesen des Feuers? Dann zuckt mir den Schultern. Ich weiß nicht, ob Drachen wirklich Wesen des Feuers sind. Ich weiß ja nicht mal, was diese... Also, ich habe jetzt mit Drachen nicht so viel zu tun. Es gibt einen guten Freund, der ist ein herausragender Drachenkämpfer. Ah, ah. Ja, den könnte man fragen, aber das war nie mein Gebiet. Wenn ihr mich jetzt über Elementaltheorie fragen würdet, da könnte ich euch einiges sagen. Also, Voltax, lass mich dich an der Brechen. Ich habe tatsächlich nach unserem letzten Zusammentreffen mit dem Zehn eines Drachen ein wenig recherchiert. Moment, ich habe es in meinem Parkebuch aufgeschrieben. Lass mich zitieren. Von der Art der Drachen. Drachen sind vielfältige Kreaturen, die den Forscher beständig Neues lehren. Da ist der mächtige Kaiserdrache die Krone der Schönheit des Drachengeschlechts. Aha. Und zudem von majestätischem Benimm eines absoluten Herrschers. Denn seinen Namen trägt er zu Recht. Da heißt aber auch der Tatzewurm. Er stinkt und gar hässlich ist. Und ein feiger und gemeiner Jäger. Und ich habe noch geschrieben, Obach im Nahkampf sind die Dinger scheiße. Oh. Sie stinken. Also, versucht nicht, euch darüber zu übergeben. Und sie sind feige. Ja, sie sind feige, sie sind listig, sie sind sehr, sie können sich nicht gut verstecken, aber sie werden wahrscheinlich versuchen, uns im Rudel anzugreifen und nicht verkämpfen. Habt ihr etwas über die Schwächen herausgefunden, dieser Wesen? Hm, nicht wirklich. Es sind immer noch Drachen, Pseudodrachen, irgendetwas in der Art. Viele Schwächen haben sie nicht. Allerdings sind sie um einiges dümmer als große fliegende Drachen. Spucken sie dir denn auch Feuer? Ja? Darüber habe ich tatsächlich nichts gelesen. Nein, es scheint nicht so. Sie benutzen eher ihren Gestank als Waffe. Ich sagte ja, widerliche Kreaturen, diese Drachen. Allesamt. Nun dann, wann wollen wir hoffen, dass wir auf keinen dieser Tatsen wollen wir mal treffen. Wie sollten Sie von Weitem bemerken, könnte man behaupten. Allerdings, die Frage ist, wie viele sie haben. Nun, das gilt es ja auch zu finden. Eine brauchbare Taktik könnte tatsächlich sein, wenn sie geritten werden, ihre Reiter zu töten. Vielleicht sorgt das dafür, dass sie fliegen und, naja, feige werden. Oh, ja, ja, wenn wir Zauber hätten, um sie in die Flucht zu schlagen durch Angst, dann wäre das natürlich auch ein Vorteil. Besitzt ihr solche Zauber? Ich beherrsche den bösen Blick. Ja. Nun, ich glaube euch da mal. Aber der wird vielleicht gegen einen Drachen helfen. nicht, aber gegen ein ganzes, ich weiß nicht wie viele, die da haben. Vielleicht ein gut gezielter Schuss von unseren werten Elfen sollte helfen, zumindest einen davon loszuwerden. Und wenn die einen nach dem anderen loswerden, kommt immer noch darauf an, wie viele es sind. Wie wäre es, wenn wir den Kampf möglichst ganz vermeiden und mehr auf List und Tücke setzen und auf Heimlichkeit? Oh ja, das ist immer gut. List und Tücke. Natürlich ist das nicht immer gut, aber in diesem Fall mit unserem Ziel der Befreiung des Thornregal und Paligal ist das vermutlich angebracht, sich der fexischen Tugenden zu bedienen. Naja, ich meinte ja auch im Kampf gegen Drachen. Da ist List und Tücke eine sehr probate Methode. Ja. Also, ich muss auch ganz zustimmen. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, den Kampf zu entgehen. Allerdings sollten wir nicht den Fehler machen, uns nicht darauf vorzubereiten. das ist immer gut. Zudem sollten wir herausfinden, wo sich unser Zielobjekt befindet, welchen Gegend wir zu rechnen haben und nun ja, weitere Informationen. Ja, sag doch einmal. Dein Schatten, Abelmiers Schatten. Bitte? Dein Schatten schneidet Abelmiers Schatten die Kehle durch. Wovon redet ihr? Wovon redet ihr bitte? Zeigt mal auf eure Schatten. Unabhängig von Chiarras Bewegung bewegt sich da Chiarras Schatten und mit einem Schatten durchschneidet er wohl gerade dem Schatten von Abelmiers die Kehle auf. Hm. Sehen wir alle das oder siehst nur du das? Ja, wenn ihr genau hinseht, also aus dem Augenwinkel konntet ihr wohl kurz noch erkennen, wie sich da wohl dein Schatten bewegt hat, aber vielleicht ist das auch eine flackernde Kerze oder das schattenlose Licht von Inferno, aber wenn du genau hinguckst, ist dein Schatten wieder still und ruhig, also war vielleicht auch eine Täuschung. Ich runzel tatsächlich die Stirn, schau auf den Schatten runter, trete dann einmal auf, bin nämlich. Was ist das für der niederhüllische Scharade? Nun ja, das muss mit dieser Globule oder was auch immer das hier zusammenhängen. Das würde ja ins Schema hereinpassen. Natürlich nicht. Aber mit mir dein Schatten verschwindet. Wo ist der, wo ist der hin? Wo ist der, wo ist der mich mal sehr... Ich drehe mich im Kreis. Guck in alle Ecken. Ich würde mal einen Oden wirken auf den Schatten von Kiaras. Also ausschließlich auf den Schatten von Kiaras. Ich möchte nicht die Umgebung mitsehen, weil ich sonst Schiss habe, Teclod Orden zu werden. Wir haben doch schon einmal etwas gesehen, was mit, naja, Schatten gespielt hat. Ich hoffe, dass es nicht da ist. Ich lasse mir Zeit dafür. Seht ihr meinen Schatten? Nein, nein, natürlich nicht. Bei den Göttern. Was passiert hier? Wisst ihr, denen, die keinen Schatten haben, sagt man nach, sie würden dem Daser dienen. Ich weiß nicht, wer dieser Daser ist, aber bei uns ist das auch nichts Gutes. Vermutlich, dass der mit dem wir ihn gerne zu tun haben. Ich versichere euch, ich will nicht dem Namen meine Freunde. Hört mal her. Ja, was denn? Merkmal dämonisch. Oh, dein Schatten, Isarun, der ist weg. Was? Meint er jetzt auch? Der, 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 der Rastlose. ich, ich sah sein Merkmal. Oh weh, oh weh. Das würde passen. Schatten, halt dich hinter mir. Meinen Schatten kriegst du nicht. Hm. Die sollte uns beeilen. Ja, Chiara, so bleibt besser einen Schritt vor mir, sodass ich dein Schatten genau im Auge war. Ein Guardianum gegen Dämonen? Sicher, ihr wisst nur, dass ich ihn nicht die ganze Zeit aufrechterhalten kann. Nein, aber vielleicht kann es das, was es hier ist, von entfernen halten für eine Weide. Oh, das mit Sicherheit, das wohl mit Sicherheit. Nichts, dass wir weiterhin von einem unsichtbaren Dämonen hier Stück für Stück geraubt werden. Hm. Ja, hier, nehmt einmal diese eingelegte Alraunenwurzel und verbrennt sie. Nur zur Sicherheit. Ja, ich nehme die Wurzel und pack den zwei. Währenddessen spreche ich einen Guardianum gegen Dämonen. Und ich behalte meinen Schatten im Auge. Und Chiaras Schatten. Ich würde mir auch Zeit lassen. Hm. Und du möchtest in den Fokus dann auch den Schatten von Chiaras nehmen. Ja, also ich würde gerne, dass wir uns alle eng zusammenstellen, sodass wir auf jeden Fall alle innerhalb der drei Schritt Radius des Guardianum sind. Und dann würde ich den von mir aus ausgehend sprechen. Die Kuppel spannt sich von dir ausgehend auf und ihr könnt sehen, wie der Schatten von Chiaras Füßen weggerissen wird und er dann an der Wand verharrt. die Kuppel Ihr könnt mich nicht aufreißen. Ich habe wieder meinen neuen Körper. Das Fein. Wir sehen uns wieder. Ich werde euch sein. Ich werde euer Schatten sein. Ihr könnt mich nicht aufreißen. Ich nehme meinen Bernstein-Dolch und steche auf Kiaras Schatten an der Wand ein. Hey! Was war das? Nun, das war wohl ein Souvenir eines unserer vorherigen Gegner. Erinnert ihr euch an Rominis? Nein. Ihr natürlich nicht. Wen meint ihr im speziellen? Na, diesen mönchartigen Charakter. Äh, 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 muss er denn nicht daran erinnern? Ach! Der euch die Hand geschenkt hat. Also geschenkt, verflucht, ich weiß nicht. Sind das, was ihr Mönch nennt, nicht dicke Männer in Roben? Äh, nun, er nannte sich selber so und wurde von anderen so genannt. Ich denke nicht, dass auch nur einer von unserer Gruppe ihn als, äh, einen heiligen Menschen bezeichnen würde. Wenn er überhaupt nicht ist. Ich würde jetzt bevorzugen, wenn wir nicht weiterhin von diesem Viech reden. Und was ist der Unterschied? Es ist metaphorisch, Mönch. Aber woher wisst ihr, dass ein Mönch, den ihr für einen Mönch haltet, wirklich ein Mönch ist? Und dieser Mönch, den ihr nicht für einen Mönch haltet, der sich selbst aber für einen Mönch hält, kein Mönch ist? Ja, ja, er war nicht dick und er hatte keine Robe an. Reicht das für dich? Hm. Ja, ich denke schon. Gut. Auf jeden Fall ist das ein sehr beunruhigender Effekt gewesen. Nun, äh, ich weiß nicht, ob ihr schon einmal in den Schwarzen Landen wart, Kapitän. Aber ich war das. Und solcherlei Effekte sind dort nicht ungewöhnlich. Und wir können davon ausgehen, dass im Moment dieser Landstrich im Begriff ist, sich auch in eine solche Region zu verwandeln. Guckt sich sehr schrecklich unharmonisch an. Tatsächlich war ich noch nicht in den Schwarzen Landen. Als ich in Berlhanka ausgebildet wurde, gab es so etwas noch nicht. Und kurz nach der Borberat-Krise brachen wir auf. Wie gesagt, in Richtung Myrano. Dort habe ich natürlich auch Schwarze Lande gesehen, aber sie waren gänzlich anders. Eher dem 13. Erzdämonen und seinen Rattenkindern gewidmet als den Heptarchen, wie sie hierzulande herrschen. Sie stehlen die Lebenskraft aus den Gebieten, allerdings gänzlich anders als hier. Wachsen die Schatten denn wieder nach, Isaron? Nun, eine gute Frage. Ich bin natürlich nicht mit den Spezifikationen dieses Bettelmönches vertraut, was alles in seiner Macht liegt. Ich weiß wohl, dass es einen Kantus gibt, mit dem man seinen Schatten kämpfen lassen kann. Ein sehr, sehr dunkler Zauber, den kein rechtschaffener Magus jemals sprechen würde. Aber, ja, möglicherweise, wenn er auf magische Art und Weise entfernt wurde, könnte er möglicherweise auf magische Art und Weise wieder nachwachsen oder vielleicht durch einen göttlichen Eingriff. Nichtsdestotrotz sind wir in Erklärungsnot, wenn wir die zwölfgüttlichen Lander wieder betreten. Ach na ja, ihr kennt doch sicherlich einen Illusionszauber. Das wäre aber schrecklich unehrlich. Ja, aber wenn der Schatten nachwächst und solange bis er nachwächst, falls er nachwächst... Es dauert vermutlich Wochen oder Monate. Ich glaube, wir sollten uns nicht wirklich Gedanken darum machen, wenn wir später aus dieser Globule wieder heraustreten, kann alles Mögliche passieren. Vielleicht sind die Schatten wieder da. Vielleicht wachsen sie nach. Genau. Konzentrieren wir uns auf die und vor uns liegende Aufgabe. Nun, wie wollt diese Burg erkunden? Eine gute Idee. Können wir nicht zumindest versuchen, die Schatten wieder einzusammeln? Vielleicht sie in eine Flasche stopfen oder etwas ähnliches? Wie wollt ihr denn das machen? Ich habe keine Ahnung, aber... Ich bin Campo-Majorin, keine Schattendomteurin. Oh, vielleicht ist das wie Mäuse. Man macht ein Stück Käse in die Flasche und dann... Meine Herren, könnten wir uns auf die Aufgabe konzentrieren? Das wäre mir auch sehr recht. Ich bin mir sicher, es lässt sich eine Lösung dafür finden, wenn ihr lange genug darüber nachdenkt. Es lohnt sich nicht, jetzt zu streiten. Ich denke auch, gehen wir los. Eine Stunde, bis wir dort sind. Den Wagen lassen wir hier, oder wollt ihr den mitführen? Den sollten wir hier lassen, erst so auffällig. Gänzlich oder nur zur Erkundung? Erstmal nur zur Erkundung. Was wir später mit ihm machen, das wird sich zeigen. Also gut, ich würde auch vorschlagen, dass wir sonst unseren guten Freund Raphim hier lassen. Ich weiß zwar nicht, ob wir kämpfen, aber... ...sollten wir schleichen, dann wird er mit seiner großen Form eher auffallen. Lassen wir ihn bei dem Karren, bevor etwas passiert. Er ist ein wenig, sagen wir, ungeschickt, aber kräftig. Das ist so wahr. Wenn wir nicht wollen, dass sie ihn hören, doch so wie sie sehen können, sollte er hier bleiben. Ja, wir sollten auf jeden Fall einen Kampf vermeiden, wenn er nicht an unserer Seite ist. Möööö. Also gut, brechen wir auf. Ich drehe mich nochmal zu meinem Schatten an der Wand um. Du kommst aus, er findest. Ja, so tretet ihr aus der Hütte hinein in die farblose Leere, und könnt durch den Wald von Sumu gesegneten durchtreten. Ohne den Wagen fällt das natürlich etwas einfacher, aber bis nach Perz dann doch noch eine Zeit und dann steht ihr vor der Ruinstätte. Den korvigen Stein könnt ihr blicken und euch dann von einer der beliebigen Seiten dem Felsen nähern. Direkt an der Eingangspforte könnt ihr auch hier sehen, wie mindestens 5 Mordbrenner an den Toren stehen. Nicht wirklich aufmerksam, aber definitiv Wache haltend. Hier gibt es einen kleinen Fluss, ein kleiner stehender See, der hier dann im Norden der Korwinsteiner Burg zu erkennen ist, der das Ganze vielleicht auch mit Wasser versorgt. Und ein großes Gebäude, was dann auch über die Mauern hinüber ragt. Es sind natürlich auf einem kleinen Felsen errichtet wie jede gute Burg und ihr könnt auf der Ostseite einen mittlerweile zerstörten Perainetempel erkennen. Dieser Stein ist dann wenig größer, als ich ihn mir vorgestellt habe. Dieser Stein nennt sich Burg, wie ich sagte. Nun, ihr sagt doch, diese Burg heißt Stein. Korwinstein. Korwinsteins Name soll die Elfengebirge bestimmte Namen haben. Nun, ihr könnt aber nicht abstreiten, dass es sich um einen Stein handelt. Es ist der Stein von Korwin, so. Stein ist Stein, ob er jetzt zur Burg gebaut worden ist oder nicht. Es ist letztlich nur eine Ausformung des Elementes Erz. Seht ihr, der Kleine versteht, was ich sage. Ja, hochinteressant. Wirklich, wir haben diesen Beitrag von euch wirklich gebraucht. Geht doch mal bitte alle eine Wettervorhersage. Wettervorhersage. Ja, selbstverständlich. Das habe nicht mal ich. Was? Ich habe es eventuell. Mal gucken. Ja, natürlich. Auf 8. Wildnisleben plus 10, oder? Kann man die ableiten? Auf was? Ja, Wildnisleben plus 10. Das ist ein Naturtalent. Boy, trotzdem geschafft. Jairus, du bist dir sicher, dass es Nebel geben wird? Hm. Es wird feucht in der Luft. Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir bald nichts mehr sehen können. Ihr bezieht auf. Das spielt uns doch ein Zorra in die Pläne, nicht wahr? Äh, nein. Was, wenn ja wieder diese Viecher im Nebel sind? Nun ja, Nebel schützt uns auch. Sind wir uns da sicher? Äh, es ist zu hoffen. Brauchen Untote ihre Augen? Natürlich. Die leben schon. Ich mache mir mehr Sorgen um die Untoten. Nun ja, Untote handeln natürlich auf die Befehle ihrer Nekromanten hin. Das heißt, wenn sie nicht wirklich hier im Buden ausgegraben sind oder eingegraben sind, um alles mögliche anzufallen, sondern den Befehlen ihrer Beschwörer gehorchen, dann müssen erst einmal die Beschwörer uns bemerken. Ihr dürft weiterhin eine, ähm, ja, eine Kunde würfeln, um mal einfach das Gebäude mal nach zu, äh, einzuschätzen. Also Baukunstprobe mit Wehranlagen würde zählen. Spezialisierung sollte die Wehranlagen haben. Äh, zählt auch Steinmetz? Steinmetz würde ich mit einer Plus 5 ableiten lassen. Ich kann dir ja Kriegskunst anbieten. Ja, Plus 10. Nee, mache ich nicht. Mit Bogen kann ich mir nicht aus. Nee, schaffe ich nicht. Boah, da ist die Plus 10 drin. Ja, gut, ihr könnt also so ein bisschen um das Gebäude herumgehen, äh, aus der Entfernung und euch dann, äh, so abgetarnt, ähm, ja, fern von den, äh, Augen der Mordbrenner halten und könnt erkennen, dass es wohl mittlerweile einen zweiten und einen, äh, dritten Eingang gibt, der wohl durch, äh, die Ruine herrührt. Da gab es wohl also Durchbrüche, äh, einmal im Norden und einmal direkt im Süden, äh, durch die man dann eine steile, eine steile Formation hochlaufen könnte, also das Bergmassiv. Äh, allerdings könnt ihr das auch erkennen, äh, dass hier schwere Sklettkrieger, äh, eingebuddelt sind, ähm, und euch dann auch abfangen könnten. Die würden also sehr schnell dann aktiv werden, ähm, ähm, lässt sich dann einfach aus den Beobachtungen, die ihr dann trefft, ableiten. Sie sind diese eingebuddelt oder stehen die schon? Die sind in den Steinen eingebuddelt, also vom Sonnenlicht, äh, abgeschirmt aktuell, steht zwar das Pryos mal farblos über euch, ähm, aber sie werden trotzdem weiter eingebuddelt bleiben. Sie sind also, sie stehen also nicht offen da, sondern müssten dann eben mit Mühe und Not dann, äh, zwischen den Steinen erkannt werden, ist euch allerdings gedäufig. Ich würde gerne, äh, mit Bergbau explizit auf Stellen achten, bei denen ich denke, hier würde ein Tunnel gut enden können, oder hier könnte man gut gegraben haben, oder ähnliches. Wenn das machbar ist. Äh, ja, äh, mit der Baukunstprobe wäre das drin, genau. Ich würde sagen, das ist Bergbau, oder? Also ich, ich hab, ja genau, ich hab Baukunst aktiviert, aber auf Null. Ja, hast du Bergbau? Auf Zehn und, äh, Spezialisierung unterirdische Städte. Gut. Dann lasse ich das auch nochmal zählen, wer da auch nochmal drauf würfeln möchte, kann das auch nochmal tun, ansonsten bekommt Isero noch andere Informationen.